Okay, das ist too much information, okay? Soll ich sagen? Einfach, es ist fucking ekelhaft. Aber ich sag's euch. Ich kann quasi von hier nach da Popel hin und her schieben. Was? Ich hab ein Loch in der Mitte meiner Nase. Wenn ich diese beiden Finger in die Mitte reinmache, kann ich die berühren in der Mitte. Kann ich meine beiden Finger mal reinstecken und das probieren? Nein, du DTF. Ich hoffe.